Können Sie sich bitte vorstellen, und welche Werke haben Sie im Keller gestanden? Haben Sie da vorne drauf? Ja. Achso. Ja, eben. Geht das, wenn ich so weit weg bin? Ja, ja. Das geht drin. Sie brauchen die Füße, aber sonst kriegt man so drauf. Ja. Das ist so ziemlich heiß. Ja. Das ist der Künstler. Darf ich Sie bitten, sich vorzustellen und die Werke zu benennen? Ja, ich heiße Christian Neubau und habe hier in dem Keller erst meine Kliniengeistung auszustellen. Ich habe zwei Raumarbeit, wie die Liebe, hier in meinem Moment. Oder wie lange ich gearbeitet. Das ist meine Kliniengeistung und es ist meine eigentliche Auswertung. Ich nenne sie, ich nenne sie für selbstständige Bildform. Und die Gelegenheit hier habe ich, konnte ich nutzen. Diese Bildform ausweiten, wie es eine Kante dieser Grube gestellt habe. Das hat die Wirkung der Diagonalen und die Gefahr überhaupt der Schrankfläche noch gesteigert. Und dass sie nicht verbeultet ist, hat einen Grund, der mit der Malerei noch zu tun hat oder mit der Hollange. Und findet dann die Fortsetzung der zweiten Arbeit an dem Raum da hinten. Das ist so, das ist so. Das ist so, das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich nehme an. Untertitelung des ZDF, 2020